moin moin so wie versprochen oder wie angekündigt mache ich jetzt das uhrzeit code zvs experiment noch mal mit 24 volt jeweils zwei tomaten und zwei paprikas und 8 bis 14 tage deswegen sind noch nicht gekommen 18 bis 20 tage die paprik da sind die tomaten die 24 volt erzüge ich durch verdoppel damit der batterie über nacht geladen also verdoppel ansteuerung zvs treiber und der kleine aufbauen wir mal das sagt gut zwischen die zwei platten und jetzt minus ist schon verbunden mit dem verdoppel und plus kommt jetzt dran ups funke ist im betrieb ich höre ja schon was knistern seht ihr das wie stark das ist da sollte man wirklich aufpassen also das betreibe ich nicht wenn ich nicht zu hause bin 24 volt ballert gut was weg das gibt ja einen ordentlichen funken ich weiß nicht ob man das auch hört also da gehe ich mal lieber nicht zu hause dran mit der finger ich kann noch mal schauen wie groß ungefähr der abstand ist zwischen den zwei platten die funken strecke ist nicht schlecht vielleicht sollte man die sogar noch ein bisschen vergrößern damit den abstand vergrößern damit wirklich kein funke überspringen kann von allein OK das wars erstmal. Bis der Nacht. Tschü 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 . Untertitelung des ZDF, 2020